Hallo ihr Lieben, ich bin hier in meinem Atelier, im Atelier Bali und ich mache mit bei den Tagen des offenen Ateliers hier in Niederösterreich. Ich würde mich total freuen, wenn du bei mir vorbeischaust und zwar am Samstag, den 19. Oktober. Ich finde, fängt es um 14 Uhr an, endet um 18 Uhr und um 17 Uhr spielen The Knutschers. The Knutschers, das wisst ihr eh, das ist Alex Dolphin und ich und es wird auch einen Gast dazu geben, der auch ein paar Lieder mit uns singt. Also wir würden uns freuen, wenn ihr kommt und am Sonntag öffne ich von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und um 17 Uhr gibt es eine Mal- und Tanz-Performance, bei der Alex Dolphin musikalisch mich begleitet, während ich tanze und male. Also es wird spannend und es gibt auch ganz, ganz tolle Bilder, die ich in der letzten Zeit gemalt habe und ja, vielleicht könnt ihr mir auch ein bisschen über die Schulter schauen. Also es wird wirklich, wirklich spannend und ich freue mich, wenn ihr kommt. Also mal vormerken, 19. und 20. Oktober unbedingt nach Arztetten ins Atelier Bali schauen. Ich freue mich auf euch. Tschüss!